Ah, der Kreuz-Joint. Ja. Schon mal so ein Teil geraucht? Du meinst, das kann man rauchen? Ich glaube auch, ja, Mann. Nee. Das ist die Zukunft. Das ist sowas wie der Orgasmus des Vorspiels in der Kunst des Joint-Bauens. Der Legende nach hat M.M. O'Shaughnessy den Prototyp entworfen. Der Typ, der die Golden Gate Bridge gebaut hat. Schon klar, schon klar. Mein zweitliebster Bauingenieur. Sofort nach Hans-Carl Bande von Madison Square Garden. Das funktioniert so. Man zündet das Teil an allen drei Enden gleichzeitig an. In echt? Und dann konvergiert der Rauch und kreiert eine Dreierpotenz. Feinster Joint rauchender Power. Das ist es, Mann. Das werden deine Enkelkinder eines Tages mal rauchen. Zukunft. Die Zukunft. Das ist beeindruckend. Also, du hast das Gras in dem Tütchen. Ja. Alles drin, so gefällt. Okay. Sei vorsichtig mit dem Ding da. Hier ist das Ware. Ich schnapp mir die Ware. Alles Paletti, Mann. Danke. Eck nicht überall an. Halt die Löffel steif. Adios. Na schön. Hey, warte doch mal, Mann. Wollen wir uns den kleinen Ficker nicht reinziehen? Ich muss, ich kann nicht mal... Ich krieg das Ding nicht mal alleine an, Alter. Ja, ich brauch deine Hilfe, Mann. Ich bin dabei. Komm her! Warum nicht? Lass knacken. Huck dich her. Yeah! Was soll's? Was soll ich tun? Okay, das läuft folgendermaßen. Wow. Du bewaffnest dich, Bruder. Ich bewaffne mich. Okay? Ich bewaffne mich, Sir. Okay, jetzt geht das zu holen. Sehr schön. Also, du wirst jetzt diese beiden Enden anzünden, während ich dieses Ende anzünde. Okay. Können wir loslegen? Kann losgehen. Feuer frei. Jetzt bin ich dran. Gut, hau rein. Es ist besser, wenn du hustest. Das ist wie... Das haut der Nackt immer mehr rein als die Graskreuzung und der anderen als Expressmann. Du hebst dich echt total ab, mein Kerl. Ach, schau, 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 schau.